Der Odin-Tog. Das Honigbier. Göttlich milder Biergenuss. Wir werden es testen. Ich kann schon mal eine Prognose abgeben. Blech. Ich würde sagen, das ist Bronze. Wahrscheinlich direkt aus Valhalla. Bauerei Valhalla. Das geht nicht. Aber riecht wie schwarz. Oh, das ist schön. Auf Odin. Das ist wie, als wenn er so hier macht. Und dann so. Zehn Punkte. Ist das schon Blech? Das ist Blech, ja.